Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf Lego mit Lengly 1013. Es geht weiter mit Drachenzähmen Leichtgemachte 3 in die geheime Welt. Nachdem ich das Stickeralbum schon vorgestellt habe und 4 Blisterpacks ausgepackt habe, kommen wir jetzt zu einem kompletten Display mit 36 Stickertütchen mit jeweils 5 Stickern drin. Hier nochmal 5 drachenstarke Sticker mit tollen Holographie Stickern. Erfohlener Verkommenspreis pro Tütchen sind 70 Cent und hier sind sie dann drin, 36 Stück. Ich würde sagen, wir gehen das ganze mal an und 36 Stickertütchen und die haben wir hier. Dann würde ich sagen, geht es direkt los. Stickertütchen Nummer 1. Kulturen Sticker, Filmszene, Kotz und Wirk, Steckbrief und oben Mitte eines Puzzle Stickers und die Geschwister als Glitzer Puzzle, es gibt Glitzer Sticker, nicht als Glitzer Puzzle, so. Das ist ja blöd. Das erzähle ich dir mal. So. Dann eine Filmszene, dann ein rechter Puzzleteil, Kulturen Sticker, ein linker Puzzleteil und oben rechts von dem Glitzer Puzzle. So. Dann hätten wir eine Filmszene, dann Hakenzahn, Steckbrief, dann ein Konturen Sticker und die linke Hälfte eines Puzzle Stickers und er hier, wie er den Drachen kitzelt. Konturen Sticker, Filmszene, Konturen Sticker, Filmszene und ein linker Teil eines Puzzles, untere Ecke eines Glitzer Puzzles. So. Und da Filmszene, Konturen Sticker, Filmszene und ein linker unterer Teil, linke untere Ecke eines Glitzer Puzzles. Dann linke obere Ecke eines Puzzles, linke Hälfte eines Puzzles, Konturen Sticker und rechte Hälfte eines Puzzles. Und er hier, ach ne, so rum, hochkant. Auf den drachen. Auf den drachen. Auf den drachen. Auf den drachen. Woher sagt man dann reitet den drachen ja eigentlich, oder fliegt die nicht da reitet die ja egal. So. Die rechte Hälfte eines Puzzles. Fischbein, Info, Sturmpfeiler bringt viel Zeit damit sich wie ein Vogel zu putzen. Filmszene und Ritzer Sticker, drachen und reiter. So, dann Filmszene, Konturensticker, Filmszene und ohne Zahn, oder, ist er doch ja, und ein Charakterglitzersticker. So, wieder eine Filmszene, Konturensticker haben wir auch schon zigmal, glaube ich, gehabt, Filmszene und rechte Hälfte eines Stickers und hier wieder die linke untere Ecke eines Puzzlestickers, Glitzerstickers, Glitzerpuzzles, mein Gott. So, linke Hälfte eines Puzzles, dann wieder das Metallbein, eine Filmszene und ein Konturensticker, ein Glitzersticker hier, fix und ohne Zahn. Das ist eine Filmszene, dann wieder ein Emblem, ein Drache, Konturensticker und rechte Hälfte eines Puzzles, Glitzerpuzzles. Das ist die linke Hälfte eines Puzzles, Konturensticker, Drache, oh, das ist wieder hier ein Konturensticker mit einem Emblem drin, und ein Glitzersticker mit einem Drachen. Filmszene, 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 und, oh, ein weiteres Emblem und Higgs auf ohne Zahn. Jetzt habe ich mir jetzt gemerkt, die beiden Namen. Filmszene, was ist denn eine Filmszene aus, noch eine Filmszene, Filmszene und linke Hälfte eines Puzzles. Die linke Hälfte eines Puzzles, ein Drache, eine Filmszene, noch eine Filmszene und nochmal die rechte Hälfte dieses Puzzles, dieses Glitzerpuzzles. Zeit für die Hälfte eines Puzzles. Ein Drache, dann Rotzbagger, wieder ein Steckbrief, Filmszene und noch ein Steckbrief, Taffnuss, Tochston. Und ein letzter Sticker von Higgs. Dann hätten wir hier eine Filmszene, 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 Filmszene und Konturensticker. Und die weiße Drachendame, keine Ahnung wie die hieß, Gegenstück zum schwarzen Drachen auf jeden Fall, als Filmszene Sticker. Einmal die linke Puzzle Hälfte, Filmszene, rechte obere Ecke vom Puzzle, Filmszene und linke untere Ecke vom Glitzerpuzzle. So, Filmszene, Filmszene und linke Hälfte vom Glitzerpuzzle. Ein Konturensticker, eine Filmszene und eine Filmszene und eine Filmszene. Ein Konturensticker, eine Filmszene, ein Drache und eine Filmszene. Und die rechte obere Ecke eines Puzzles. Ein Konturensticker, Filmszene, Filmszene, Filmszene und Higgs geht auf. So, ich muss jetzt mal wieder von unten auffallen. Bei der anderen Variante habe ich auf der Sticker eingeknickt. So, eine im Belem. Rechte untere Ecke vom Puzzle, linke Hälfte vom Puzzle, Konturensticker und ein Drache. Die linke Puzzle Hälfte, Filmszene, Filmszene und ein Info. Wenn Fleischklops Steine futtert, spuckt sie feurige Lava. Und die Geschwister als Glitzersticker. Dann die Mitte vom Puzzle, Filmszene, Filmszene, Filmszene und rechte obere Ecke vom Glitzerpuzzle. Und dann geht es weiter mit einer Filmszene. Eine Filmszene, Filmszene und Raphnus Tochstone. Und wieder der Drache, der sich kitzeln lässt. Rechte Teil des Puzzles, Filmszene, Filmszene, noch eine Filmszene, noch eine Filmszene, wo ein Emblem ist. Und die rechte Seite des Puzzles, und ein Glitzersticker. Ohne Zahn mit X. So. Rechte Puzzle Hälfte, Filmszene. Ohne Zahn, Steckbrief, linke untere Puzzle Ecke und ein Puzzles, äh Puzzlesticker Quatsch, ein Glitzersticker mit X. Rechte Puzzle Hälfte, Filmszene, rechte Puzzle Hälfte, Raphnus Sticker, äh Steckbrief und rechte obere Ecke vom Glitzerpuzzle. Ein Konturensticker, eine Filmszene, noch eine Filmszene, noch eine und ein linker Teil vom Puzzle. So und da hätten wir dann hier Konturensticker. Tagschatten hieß die Weiße, genau. Ein Klickbrief von Tagschatten. Dann rechte Puzzle Hälfte, Filmszene und ein Drache als Glitzersticker. In Spur die letzten Sticker Tütchen. Ein Konturensticker, ein linker Puzzlesticker, Filmszene, linke Puzzlesticker und so rum war das eine Filmszene als Glitzervariante. Info Rotzbacke nennt seinen Drachenkumpel auch Haki oder Zähnchen. Dann Hicks Steckbrief, Filmszene, Filmszene und rechte obere Ecke vom Glitzerpuzzle. So und das letzte Sticker Tütchen. Vorletzte Sticker Tütchen, vorletzte Sticker Tütchen, sprich nochmal 35. Und da hätten wir ein Konturensticker, die linke Puzzle Hälfte, die rechte Puzzle Hälfte, eine Filmszene und rechte Glitzerpuzzle Hälfte. So und das letzte Sticker Tütchen. Die letzten 5 Sticker und da hätten wir eine Filmszene, ein Steckbrief von Astrid, ein Konturensticker, eine Filmszene und schließlich noch der Drache oder die Drachen mit den beiden Geschwistern. Sehr schön als Glitzersticker. Das war es dann auch. 36 Sticker Tütchen, sprich ein komplettes Display oder eine komplette Box. Und ja, das ist wieder einiges, was hier an Stickern dazugekommen ist. Das gilt es jetzt mit den anderen Stickern zu sortieren und in die Sammlung aufzunehmen und dann mal gucken, was noch fehlt. Gut, dann hoffe ich das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann abonniert ihn doch einfach. Und wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch kein Video mehr und bekommt immer Bescheid, wenn ein neues Online geht. Ja, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch das Sonderheft zu Drachen 10 leicht gemacht. 3. Das wird es auch noch geben hier auf meinem Kanal. Also bleibt dran, schaltet ein und dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut Leute. Ciao.